Ja liebe YouTube-Freunde, Bauer Simon ist zurück, fünf Monate vorbei, jetzt geht es wieder los, Frühling, muss gearbeitet werden, fertig, fläuschelt, Spass, Sonne und Motor abfahren und ja, noch ein grosser Dank an Hosi, der da die Stellung gehalten hat. Gern geschehen. Und der Simon ist, wie viele Kilometer bist du gefahren? Etwa 24.000 Kilometer sind wir gefahren durch Südmittel und ja, nach USA. Ja und davon viel Gravel Road. Ja, war staubig. Und sturzig. Und sturzig. Ja, liebe YouTube-Freunde, einen recht schönen guten Mittwochmorgen, der 20. März wünscht euch der Bauerhaus. Sie willkommen auf meinem Kanal. Ihr habt es gesehen, der Simon ist wieder da. Ich bin froh und das Bauern auf dem Feld geht langsam los. Jetzt fahren wir in die Saabeg und holen um 30 Boxen rum. 30 kleine Boxen Saalkartoffeln. Zuerst aber ein Kaffee und es ist 9.20 Uhr, 10 Uhr müssen wir in der Saabeg sein. Das reicht gar gerade. Zuerst aber ein Kaffee und ein Kaffee und ein Kaffee und ein Kaffee und ein Kaffee. Zuerst aber ein Kaffee und ein Kaffee. Zuerst aber auch ein Kaffee. Zuerst aber auch ein Kaffee. Ja, für uns für die Buchhaltung. Buchhaltung 15,3 bis zur Leergebäutung. 28 28 voll 28 29 30 31 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 34 35 35 So, beladen und ab. Und endlich wieder mal schönes Wetter, wunderbar. Wir brauchen ein bisschen schönes Wetter. Wir sollten dringend Dünger geben und Raps. Unterraubbekämpfung im Weizen und Dünger geben im Weizen. Das ist ja gut, geht schon. Ja, wichtig ist, dass die Funken alle gut bezeichnet sind. Ich dachte, es ist nicht der, ich würde keine Alte kippen. Oh, gut, ne? Oh, gut. So. So. Das ist doch nicht die Fahrer, oder? Ja. 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 Wir wollen das 100-Knollengewicht wägen, damit wir wissen, wie viele Knollen es gibt, um die Pflanzdistanz nachher einstellen zu können. Die gute alte Erika.